Hallo und herzlich willkommen bei Superbob Super Shop. Mein Name ist Superbob und das ist meine Partnerin Kate. Hi! Auch heute haben wir wieder ein außergewöhnliches Produkt für Sie. Kennen Sie das? Sie wollen ungesehen sein, aber zugleich nicht auf die Freuden sozialer Interaktion verzichten? Dann haben wir heute das absolut perfekte Produkt für Sie. Den Umhang der ungesehenen Unsichtbarkeit. Legen Sie ihn einfach an und verschwinden Sie. Aber nur, solange Sie niemand sieht. Der Umhang ist mit verschiedenen Verzauberungen belegt, die dafür sorgen, dass ein Träger unsichtbar wirkt. Zugleich allerdings wirkt dieser Zauber nur so lange, wie man von niemand anderem beobachtet wird. Sieht ein anderer den Träger, so wird er wieder sichtbar. Natürlich ist er dann nicht mehr unsichtbar, aber sieht dafür sehr modisch aus. Wenn wir also diesen Umhang jetzt demonstrieren wollen, müssen wir darauf bestehen, dass Sie alle bitte wegschauen. Ansonsten funktioniert das nicht. Sie... Sie schauen ja immer noch zu. Naja, viele Zuschauer sind bereits begeistert vom Umhang der ungesehenen Unsichtbarkeit. Susan aus Long Island sagt uns beispielsweise, dass der Umhang eine perfekte Erweiterung ihrer Kräfte ist. Und Harold aus Südengland schreibt uns, dass er zwar ein ähnliches Modell bereits besessen hat, dieses hier allerdings völlig neue Dinge ermöglicht. Sie sehen also, der Umhang der ungesehenen Unsichtbarkeit ist perfekt für jeden, der gerne magische Effekte mit Mode kombiniert. Bis zum nächsten Mal. Mein Gehirn hat gerade gar keine Worte mehr gehabt. Das war... Wir drehen noch keine fünf Minuten. Tja. Okay.